Liebe Frauen, am Sonntag ist internationaler Frauentag. Frauen wollen für die gleiche und gleichwertige Arbeit gleich viel Geld wie Männer. Das heißt, Lohn und Gehalt müssen für Frauen transparenter werden. Deswegen starten wir ab kommenden Sonntag unsere große Dialogtour durch Österreich. Wir fragen die Frauen auf der Straße, vielleicht bei Hausbesuchen, vielleicht bei Veranstaltungen, ob sie und wie sie sich in der Arbeitswelt zurechtfinden, ob sie zufrieden, unzufrieden sind. Wir wollen das sammeln und wollen dann Mitte Mai genau die Ergebnisse präsentieren, um im Parlament Druck zu machen. Also, ich wünsche euch allen einen Happy Frauentag und bitte macht mit!